Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder meine Freundin Lenja dabei. Wir wollten mal die Werbe-einen-Freund-Funktion ausprobieren und deswegen hat Lenja sich ein Zweitaccount erstellt. Das Videomaterial ist vom 07.09.2017. Ich habe ein paar Zehen aufgenommen, wie sie ihre ersten Schritte im neuen Account macht und sie zu einem Musikvideo zusammengeschnitten. Viel Spaß mit dem Video. Eine Legende sagt, dass Jorvik ein toter Fels im kalten Meer war, bis ein Stern vom Himmel fiel und die Wasseroberfläche in Wallung brachte. Durch den Aufprall des Sterns entstand ein schwaches Leuchten, aus dem ein Mädchen auf einem Pferd hervortrat. Sie ritt behutsam über das Wasser und beruhigte die Oberfläche. In ihrer rechten Hand trug sie ein Licht. Das Mädchen ritt auf ihrem Pferd zu Toten Insel und stellte das Licht in ihre Mitte. Sofort sprühte das pure Leben aus dem Fels und der einst zu kalte und dunkle Ort wurde warm und hell. Jorvik hatte immer eine spezielle Verbindung zu seinen Pferden und manche behaupten, dass sie die Seele der Insel sind. Du bist nach Jorvik gekommen, um den Sommer in den Mordernstellen zu verbringen, wo du dich um dein eigenes Pferd kümmern gehst. Nach dem Sommer hast du große Hoffnungen darauf, an Jorviks Hykologischen Institut angenommen zu werden. Was bedeuten würde, dass du auf der Insel bleiben könntest und dein Leben voll von Abenteuern und Pferden wäre. Die Legende besagt, dass in Zeiten der Verzweiflung und Dunkelheit ein weiteres Mädchen die Insel auf dem Rücken ihres Pferdes retten wird. Bist du dieses Mädchen? Bist du dieses Mädchen? Bist du dieses Mädchen? Bist du dieses Mädchen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020